auf den kanal stando gaming und heute spielen wir ja wie ihr sehen könnt eine runde lego star wars und ich würde sagen wir beginnen auch direkt indem wir auf es geht drücken weil dann lande auf was weiß ich ich habe keine ahnung wenn sich ja haupt immer noch ein weil ich keine ahnung habe ich sonst da wird mir irgendwas angezeigt was weiß ich und wir sollen anscheinend auf ist in land die frage ist nur wo das ist ich gehe jetzt mal hier in eine sichere ein sicherer raum sich die fortsetzen ja so labern die mich hier wieder voll ja nein sehr interessant so will er jemand abknallen oder warum hat er gerade diese linse ab das gesehen oh er hat haare Das ist eigentlich merkwürdig. Na ja, Reparaturen. Ich dachte, du würdest mir vielleicht helfen. Ja, dachte ich auch. Was hast du mit meinem Schiff gemacht? Dein Schiff? Soweit ich mich erinnere, hast du es in einem ehrlich fairen Spiel verloren. Es ist der Hyperantrieb. Okay, meine Leute können sich gleich an die Arbeit machen. Würden sie eine kleine Erfrischung mit mir einnehmen? Ja. Das sage ich mal nicht nein, ne? Es wäre uns eine Ehre, wenn sie sich zu uns gesellen würden. Hä? Also, dass es Darth Vader ist. Eine simple Anlage. Aber sie dürfte ausreichen, um Luke Skywalker für seine Reise zum Imperator einzufrieren. Wir werden sie testen. Am Käpt'n Solo. So habe ich mir diesen Deal echt nicht vorgestellt. Ich liebe dich. Und schüss. Ich weiß. Er lebt. Er befindet sich im tiefsten Winterschlaf. Gut. Bringen Sie Käpt'n Solo zu Jabba, dem Hutten. Bereitet nun die Anlage für Skywalker vor. Kalessian, bringen Sie die Prinzessin und den Wookiee zu meinem Schiff. Er hilft jetzt. Was haben Sie eigentlich vor? Ich gehe nirgendwo hin, bis wir Han nicht aus den Händen dieses Kopfgeldjägers befreit haben. Dann holen wir den Falken und halten ihn auf. Fang den Kopfgeldjäger. Hey, was hast du hier zu suchen? Kalessian, hat noch weder hier zu holen, gefangen ist. Ist hier ein Schießaction hier auch ganz entspannt? Gehen Sie weg doch. Bam, bam. Bam, 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 bam. Yeah, bats, bats, bats. Wow, wow, wow. Wollen Sie mit mir kämpfen, oder was? Komm her, eins gegen eins. Tschüss. T-t-t-t-t-t-t-t. Tschüss. Kann ich das nicht aufsetzen? Hallo, Antin. So. Perfekt. T-t-t-t-t-t-t-t-t. Wow. Ruhig, ruhig, ruhig. Hallo. Lassen Sie das. Ich hab gesagt, lassen Sie das. Sie auch, Kollege. Misch. Schuhe. So. So. Ey, schuhe. Mann, gehen Sie doch nicht in mein Blickfeld, ey. So. Da kommt was. Sie verfolgen Fett und Solo. Haltet Sie auf. Da sind keine. Oh. Ja, 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 ja. Gehen Sie down. Down, hab ich gesagt. Gehen Sie nicht in mein Schussfeld, Kollege. Ich bin fast down. Hilfe. Habe ich alle getroffen? Jo, der Laser hat ja richtig. Werben Sie. Danke sehr. Du musst das ja alles anziehen. Ist noch irgendwo eine Hose? Hm, schade. Ah, doch hier. Ziehen. Zack. So. Let's go. Wow. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Boba Fett. Das ist das Schiff. Komm Sie, Prinzessin. Wir müssen zum... Zum... Millenium. Was für ein Ding. Leute? Knallt jeden ab, der versucht, durch diese Tür zu kommen. Der Millennium-Falke darf die Landeplattform nicht verlassen. Klar? Mhm. Sie sperren mich aus. Das ist meine Stadt. Meine Stadt. Scheint so, als hätte ich die Stundfrucke beteiligt. Darum sollte ich mich mal kümmern. Wenn nur R2 hier wäre. Ich vermisse diesen vorlaufenen kleinen Droiden doch tatsächlich. Ich muss den ja verfolgen, sonst komm ich ja hier nicht durch. Wir rollen noch diese Schlüsselkarte zurück. Jo. Eigentlich bin ich nur zu zieh. Warte. Ja. Truppenfürcht, befreit uns. Wir können euch gegen das böse Imperium helfen. Jo. Kommt schon. Ich bin ein ausgewähltes Kinder. Ich mach's hier. Tschüss. Tschüss. schnell let's go zurück zur tür warum sind die so kalt einstecken das will ich doch damit ich hier durch kann ich wusste dass wir es schaffen nichts zu sehen von dem kopfgeldjäger los zum folgen wird nicht ausgefahren sie mal nach was du tun kannst also jetzt gucken was er schon denn das ist ja irgendwie der mechaniker wir sind verloren und alles nur wegen kapitel solos nutzlos im schiff in diesem schiff haben wir den kesselflug in weniger als an die sinne bei meiner schuss waren jetzt geht doch mal doch doch Ja, ich hab ihn gut. Hallo? Hallo. Hallo. Mein Nimmel. Er ist ja anstrengender als, keine Ahnung. Aha. Kommt da jetzt schon wieder... Ich mag diesen Kopfgeldjäger wirklich nicht. Willkommen im Club. Hm. Wartet kurz, Chat. Okay, da bin ich wieder. So. Perfekt, jetzt habe ich White Screen. Nochmal. Aha. So. Ja, ja, ja. Ich bin nicht mit dem, mein Wisch. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin nicht mit dem, mein Wisch. Ich bin nicht mit dem, mein Wisch. Ja. Ich bin nicht mit dem. Ist ja schlimm hier Ja, 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 ja Wer hat's jetzt? Junge, dieses Schild So, jetzt, let's go, let's go, let's go Rein da hin zu Olga Junge, warum hängt's jetzt? Hm, Junge Das ist nicht meine Schuld Aber ich kann Ihnen helfen Ich fühle die Macht Oh nein Jetzt werden wir es niemals da rauskriegen Okay, Leute Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da Schaut außerdem auf mein Disco-Server vorbei Würde mich sehr freuen Wenn ihr dort die 300 Member voll macht Vielen Dank an die 370 Abonnenten Das freut mich persönlich sehr, 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 sehr Vielen Dank für euren krassen Support in letzter Zeit Vielen, vielen Dank Ähm, aktiviert die Glocke Wie gesagt, damit ihr kein Video mehr verpasst Ihr seid ein traumhafter Tag All Night, euer Sando Ciao, ciao Outro 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 Untertitelung. BR 2018